Nach den ersten beiden frühsommerlichen Tagen droht uns im Laufe des Montags, dem 22. Mai, die erste Unwetterlage mit teils schweren Gewittern. Das Tief David sorgt dabei nicht nur für eine schwülwarme Luftmasse, sondern bildet über Deutschland auch noch eine Konvergenzlinie, an der sich die teils schweren Gewitter bilden. Dabei muss mit Hagel, Starkregenschauern und mit stürmischen Böen gerechnet werden. Die ersten kräftigen Gewitter bilden sich bereits zum frühen Nachmittag im Westen und Südwesten Deutschlands. Dabei kann es bereits kleinen Hagel und einzelne Starkregenschauer geben. Diese Gewitter kommen im Laufe des Nachmittags ostwärts voran und intensivieren sich dabei. Dabei muss örtlich mit Unwettern gerechnet werden. Das gilt besonders für die hier rot markierten Regionen. Dabei kann es neben höheren Blitzraten auch Hagel mit Korndurchmessern um zwei Zentimeter sowie Starkregenschauer mit Niederschlagsummen um 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit geben. Auch stürmische Böen um 70 Kilometer pro Stunde sind möglich. Zum Montagabend kommen die Schauer und Gewitter unter Abschwächung im Osten Deutschlands an. Den äußersten Osten erreichen sie aber am Montag nicht mehr.